Es war einmal mitten im Winter Und die Schneeflocken fielen wie Fieder vom Himmel herab Da saß eine Königin an einem Fenster Das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte Und wie so nähte und nach dem Schnee aufblickte Stach sie sich mit der Nadel in den Finger Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah Dachte sie bei sich Hätt, ich ein Kind so weiß wie Schnee So rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an den Rahmen Es war einmal mitten im Winter Und die Schneeflocken fielen wie Fieder vom Himmel herab Und die Schneeflocken fielen wie Fieder vom Himmel herab Und die Schneeflocken fielen wie Fieder I tak oto powtarza się historia In der Kirche, in der Kirche, mit schönen Kamiennäckern, wohnt die Zolle Kräfte. Auf dem Markt ist die Kräfte, und in der Branche sind die Krasnoludze. Er ist auch der Ksiung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Przechodzi Bramą Szczebrzeską i zastanawia się nad swoim smutnym losem. Wędruje wzdłuż murów miasta, szukając dla siebie nowego miejsca. Wędruje wzdłuż murów. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung. BR 2018 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 Wer ist in der Pienklinischen Welt? Niemand Pienklinischer von Ciebie na tym świecie nie mieszka. Lecz 1000 razy Pienklinischer ist in Ciebie Śnieżka. Ich beziecke Dünger von Ciebie Sco没有encek imdee rallying in Ciebie W Twitter. Und ein bisschen Sejank. Und ein bisschen Kupfer. Oh, wie schönes Jabba. Wie schönes. Ja Ich komme Ich komme Ich komme Ich gehe Ich komme Ich komme Musik 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 Nein, ich bin sch узнаet. Ich bin schlau. Gdzie Śnieżka? Ach, ze mną! Szytko! Śnieżko, Śnieżko! Ich wollte dich nicht treffen. Gdzie ja jestem? U krasnoludków. Ale nie macie się, zaniedługo będziesz u siebie. St Szytko! Nie Untertitelung des ZDF, 2020